Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Dein bester Vergleich. Heute wollen wir drei verschiedene Modelle von Philips Rasierern aus drei verschiedenen Preisklassen anschauen, so dass ihr eine gute Kaufentscheidung für euch treffen könnt. Wollt ihr euch noch weiter zu den Modellen informieren oder eine der Philips Rasierer bestellen, schaut einfach mal in der Beschreibung vorbei. Dort haben wir euch alle drei Varianten verlinkt. Bleibt bis zum Ende dran, um alle Modelle kennenzulernen. Viel Spaß bei dem Video. Als erstes und günstigstes Modell haben wir den Philips Rasierer Series 3000. Bist du auf der Suche nach einem elektrischen Rasierer, der dir ein einheitliches Rasurerlebnis und einen sauberen, angenehmen Schnitt bietet, dann solltest du dir die Powercut Klingen genauer anschauen. Mit seinen 27 selbstschärfenden und extrem präzisen Klingen ist dieser Rasierer perfekt für dich. Aber das ist nicht alles. Die 5D-Gelenk- und Flexköpfe passen sich perfekt an die Gesichtskonturen an und sorgen somit für flexible und gleitende Bewegungen. Zusammen mit dem Power-Up Philips Bart Trimmer, der sich ideal zur Gestaltung von Oberlippenbart, Hauptbart oder Koteletten eignet, bieten die Powercut Klingen ein ganzheitliches Rasiererlebnis. Das ergonomische Griffdesign sorgt für ein rutschfestes und wasserfestes Gehäuse, das eine bequeme, trocken oder nass Rasur ermöglicht. Der kabellose Rasierer verfügt über eine intuitive Anzeige, die den Akkustand anzeigt. Mit nur einer Stunde Aufladen kannst du dich ganze 60 Minuten lang rasieren. Und falls es mal schnell gehen muss, reichen bereits 5 Minuten Aufladen für eine komplette Rasur. Für mehr Infos zu diesem Modell, klickt einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch den Rasierer auch direkt per Prime-Versand nach Hause bestellen. Als nächstes haben wir den Philips Shaver Series 5000. Bist du auf der Suche nach einem Rasierer, der effektiv und schonend zugleich ist? Dann ist der Philips Shaver Series 5000 mit Steel Precision Kling genau das Richtige für dich. Mit seinen 45 Hochleistungsklingen schneidet er mehr Haare pro Zug und sorgt so für eine gründliche Rasur ohne Hautirritation. Der Power-Adapt-Sensor erkennt dabei die Haardichte und passt die Leistung des Rasierers automatisch an. Die flexiblen 360 Grad Konturen-Scherenköpfe folgen deinen Gesichtskonturen und ermöglichen so eine sanfte Rasur. Der Lithium-Ionen-Akku lädt in nur einer Stunde auf und hat eine Betriebszeit von bis zu 60 Minuten. Und falls es mal schnell gehen muss, eine Schnellladung in 5 Minuten reicht bereits aus. Gönne dir jetzt den Philips Shaver Series 5000 und erlebe eine Rasur wie nie zuvor. Alle weiteren Infos zu diesem Rasierer könnt ihr im zweiten Link in der Videobeschreibung erfahren und ganz einfach direkt bestellen. Als drittes und letztes möchten wir euch nun den absoluten Bestseller, den Philips Shaver Series 9000 vorstellen. Bist du auf der Suche nach einem zuverlässigen und hautfreundlichen Rasierer? Dann solltest du dir die verbesserte Skin IQ Technologie genauer anschauen. Egal ob du deine Rasur nass oder trocken bevorzugst. Dieser Rasierer sorgt für eine gründliche Rasur und ist dabei besonders schonend zur Haut. Dank des Pressure Guard Sensors mit intelligentem Leuchtring findest du immer den richtigen Druck und die flexiblen 360 Grad Scherenköpfe passen sich perfekt an deine Gesichtskonturen an. Mit dem enthaltenen Bart Styler in 5 verschiedenen Längen ist auch das Stylen deines Bartes kinderleicht. Die herunterladbare App gibt dir Feedback in Echtzeit, damit du dein Rasiererlebnis ständig verbessern kannst. Und mit bis zu 60 Minuten Akkulaufzeit und 3 extra Quick Clean Pot Kartuschen bist du immer bestens ausgerüstet. Mehr Infos zu diesem Gerät über den dritten Link in der Videobeschreibung. Wir hoffen wir konnten euch die Kaufentscheidung erleichtern. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit eurem neuen Philips Rasierer.